Herzlich willkommen zu einem neuen Erfahrungsbericht und zwar soll es heute um ein Buch gehen und du bekommst hier zwei Versionen, einmal eine gedruckte Version und ein E-Book und es geht um das digitale Einkommen Buch von Reni Renk und Oliver Schmuck. Das Buch hat 475 Seiten und du hast vielleicht auch schon mal die Verkaufsseite gesehen, wir schauen gerne mal drauf. Aktuell wird das Buch verschenkt und du bekommst das für 4,99 Euro, das sind die Versandkosten. Und genau, unter dem Video findest du auch den Link dorthin und du bekommst halt Zugang zu einem Member-Bereich, du kannst das Buch runterladen und wir schauen da gerne einmal rein. Also warum ich das jetzt hier auch auf YouTube einmal vorstelle, ist, ich bin ziemlich begeistert von dem Buch, also es gibt ja einige kostenlose Bücher, die ich auch schon gelesen habe und bei einigen ist es halt immer so, dass man nicht so wirklich was, also manchmal nicht unbedingt was Neues lernt und, also schon, man lernt immer irgendwie was, aber ich war von diesem Buch halt tatsächlich mal richtig begeistert, muss ich sagen. Und zwar schauen wir jetzt einfach mal in das Inhaltsverzeichnis rein. Und zwar, was mich sehr inspiriert hat, waren einmal die beiden Geschichten, einmal die Geschichte von Oliver Schmuck und auch einmal die Geschichte von Reni Renk und das Buch geht ja noch so viel weiter, aber ich fange einmal mit der Geschichte an. Also was ich sehr schön an dem Buch finde, also den einen oder anderen wird es natürlich ein bisschen abschrecken, dass es halt 475 Seiten hat. Ich kann euch aber beruhigen, weil erstmal finde ich das sehr nice aufgebaut, weil sie haben viele Learnings, die sie gelernt haben, also zum Thema Mindset vor allem, aber auch inhaltlich. Wie haben sie das aufgebaut? Warum haben sie jetzt, also wie hat es Oliver Schmuck denn geschafft von minus 700.000 Euro in Schulden auf 30.000 Euro im Monat und später auch auf 240.000 Euro Nettoumsatz in 30 Tagen gebracht hat. Also die verbinden das hier sehr, sehr schön mit Geschichten und den ganzen Learnings. Also das heißt, es liest sich sehr, sehr gut das Buch und später gibt es noch richtig coole Schritt-für-Schritt-Anleitungen. Also was du zum Beispiel auch bekommst, sind dann bestimmte Aufgaben. Da können wir mal gerne drauf gehen. Wir gehen jetzt mal zum Beispiel auf die Aufgabe hier und dann kannst du immer dir die Aufgaben auch noch angucken. Und das ist auch richtig cool gemacht, dann gibt es da Aufgaben, dann kommt es auf so eine Webseite und dann kannst du dir das da auch nochmal angucken. Also es ist wie so ein kleiner, richtig cooler Kurs und ich kann dir dieses Buch einfach wirklich nur empfehlen. Also es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht, das zu lesen. Ich habe vieles gelernt und zum Beispiel ein Learning, den ich jetzt mal herausstechen möchte, ist zum Beispiel, weil ich nehme jetzt auch gerade einen Videokurs auf und da war zum Beispiel so ein Learning, war, dass du den Videokurs von hinten nach vorne aufnimmst. Also auf die Idee bin ich noch gar nicht so gekommen, weil am Anfang bist du halt noch nicht so wirklich in der Routine drin, Videos aufzunehmen und du stotterst vielleicht oder bist ein bisschen nervös und so und dann nimmst du von hinten nach vorne quasi auf und die ersten Videos sind dann die guten, weil du dann schon voll in der Routine bist und wenn die dann später noch so ein bisschen unprofessioneller sind, noch so ein bisschen unfertig, weil du vielleicht ein bisschen nervös bist und dir ein bisschen versprichst und so, dann verzeihen dir die Leute das schon, weil die einen Großteil des guten Online-Kurses schon gesehen haben beziehungsweise die hinteren Videos manchmal gar nicht mehr so doll angeguckt werden. Das war zum Beispiel nur so ein Beispiel von etwas, was ich richtig gut mitgenommen habe. Aber es gibt so viel Inhalt, den du hier lernen kannst und lass dich einfach nicht abschrecken auch von der Seitenanzahl, sondern kannst ja Schritt für Schritt durchlesen. Ich meine für 4,99 Euro kann man hier echt nicht viel falsch machen. Es gibt tatsächlich auch von Reni Renk und Oliver Schmuck auch weitere tolle Produkte dann in der Kombination, die ergänzend wirken. Also zum E-Book gibt es zum Beispiel auch noch ein Hörbuch, dann gibt es noch Webseiten und Textvorlagen zum Verkauf, es gibt einen Online-Kurs, also richtig viele coole Sachen und ich würde dir auch anbieten, also wenn du dir das über mich sicherst, dann würde ich mich natürlich freuen. Einmal der Link ist in der Videobeschreibung oder auch auf meinem Artikel, den habe ich auch in der Videobeschreibung verlinkt und wenn du dir zum Beispiel auch eins der weiteren Produkte von denen sicherst, dann bekomme ich natürlich auch eine kleine Commission, dann schreib mir gerne eine E-Mail, die E-Mail ist auch entweder in der Videobeschreibung oder in dem Artikel mit drin und dann bekommst du noch einige Bonus-Inhalte von mir als kleines Dankeschön. Die verlinke ich dann dort auch und das würde mich natürlich sehr freuen und ich kann dir, wie gesagt, dieses E-Book nur empfehlen, gerade wenn du anfängst, das ist wirklich ein No-Brainer, für so ein kleines Budget so viel Expertenwissen zu bekommen. Also ich war sehr erstaunt, wie viel sie hier preisgegeben haben. Also das ist wirklich eine Bestellung wert. Und tatsächlich nochmal das ganze Inhaltsverzeichnis kann ich einfach einmal so durchscrollen lassen, damit du dann mal genau weißt, was dich so erwartet. Und zwar, also wie gesagt, sind hier immer so Aufgaben mit drin. Hier hast du die jeweilige Geschichte. Dann gibt es einmal das Thema, wie Online-Marketing funktioniert. Dann für, also ein bisschen Mindset-Thema ist noch mit drin, wie du dein eigenes Projekt aufbaust, also von der Idee bis zur Umsetzung von deinem eigenen Infoprodukt beispielsweise. Video-Erstellung, wie du die perfekte Zielgruppe findest, die perfekten Verkaufsstrategien, also da werden unterschiedliche Funnel-Strategien vorgestellt. Die habe ich auch in meinem E-Book, ein paar davon zumindest, aufgelistet. Mein E-Book Super Affiliate Secrets kannst du dir auch gerne in der Videobeschreibung nochmal downloaden. Wie erfolgreiches Marketing funktioniert, die einzelnen Schritte, wie du, genau, Besucher generierst. Jetzt hier zum Beispiel Facebook, dann unterschiedliche Traffic-Strategien. Dann gibt es hier noch weitere, ja, noch weitere Ad-Strategien, wie zum Beispiel Google und YouTube. Das sind auch sehr, sehr starke Traffic-Quellen. Dann zum Beispiel Verkaufsoptimierung und Steigung des Kundenwerks, also der Lifetime-Value zum Beispiel. Und hier ist, also da steckt so unfassbar viel Wissen drin. Also das ist jetzt so zum, das ist so die Übersicht zum kompletten Buch. Und wie gesagt, also Link ist in der Videobeschreibung. Und wenn du irgendwelche Fragen hast, dann schreib mir auch gerne eine Mail. Wir sehen uns in einem meiner nächsten Videos. Bis zum nächsten Mal.